Heute geht es um das nächste Update im Fall Tillindemann. Und zwar gab es einen Angriff auf die Rammstein-Zentrale in Berlin-Reineckendorf. Und ich werde euch gleich aus dem Artikel vortragen, was da alles passiert ist. Dort gibt es auch ein Bild zu sehen und auch ein Bekenner-Posting. Und wer dahinter steckt, wird hier auch natürlich thematisiert werden. Ich möchte mich aber ganz kurz bei euch bedanken für den ganzen Zuspruch, den ich bekommen habe, für meine Berichterstattung. Wie gesagt, ich werde hier alles fair aufzeigen, alle Seiten. Das Interview wird auch kommen, haben sich einige gewünscht, wo ich auch eine Zeugin von dem Konzert in Litauen dann hier nochmal thematisieren werde. Ich werde natürlich aber auch, sollten Dinge an die Öffentlichkeit geraten, die Tillindemann belasten, hier weiterhin auch dann das berichten. Also ich bin hier auf keiner Seite. Ich werde ganz fair und sachlich und rational die Videos weitermachen, auch wenn es einige nicht passt. Danke aber an diejenigen, die dazugekommen sind und die dann auch mich gelobt haben. Wirklich, weiß ich echt zu schätzen, war nämlich wirklich nicht so einfach die letzten Wochen. Ansonsten gehen wir jetzt hier gleich mal in den Artikel rein. Ich zitiere jetzt aus der Berliner Zeitung. Wie immer ist der Artikel oben in den Credits natürlich für euch auch angepinnt. Da könnt ihr auch alles nochmal genauer nachlesen, aber wie gewohnt trage ich hier natürlich auch alles im Video vor. Anschlag auf Rammstein-Zentrale in Berlin. Aufruf zur Sabotage der Konzerte. Sonntagnacht wurde der Firmensitz von Rammstein in Raneckendorf angegriffen. Im Internet veröffentlichten Täter ein Bekennerschreiben, der Staatsschutz ermittelt. Und der Artikel ist von Moritz Eichhorn vom 27.06.2023. Credits gehen raus. Und hier seht ihr auch die zerstörten Fensterscheiben von dem Firmensitz von Rammstein. Auf dem Firmensitz von Rammstein in Berlin-Raneckendorf hat es in der Nacht zu Montag einen Angriff einer linksextremistischen Gruppe gegeben. Bei der Attacke wurden Scheiben eingeworfen und Außenwände besprüht. Und wie die Berliner Zeitung erfuhr, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Also wird das auch sehr ernst genommen. Dann geht es hier weiter. In einem Bekennerschreiben, das am 26. Juni auf der linksalternativen Plattform Kontrapolis verbreitet wurde, heißt es, in der Nacht auf dem 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin-Raneckendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen. Unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun keine Bühne für Täter. Soviel zur Unschuldsvermutung und Vorverurteilung. Aber gut, wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Tillinemann und Co. und machen klar, für Täter wie euch gibt es Konsequenzen. Das gilt genauso für Unternehmen und Personen, die ihnen Räume oder Infrastruktur zur Verfügung stellen und Täter schützen oder unterstützen. Wir rufen alle dazu auf, die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin am 15., 16. und 18. Juli kreativ zu stören, zu sabotieren und zu verhindern. Keine Bühne für Täter. Ja, also absolut geisteskrank meines Erachtens, finde ich. Und hier ist dann auch klar, welche linksextremistische Gruppierung das Ganze ja hier unterstützt. Dann geht es hier weiter. Der Satz, keine Bühne für die Täter, soll auch auf die Außenwand des Gebäudes gemalt worden sein. Doch wurden Schmierereien in der Zwischenzeit entfernt. Die Fenster jedoch sind weiterhin durchlöchert. Das Management von Rammstein reagierte auf eine Anfrage der Berliner Zeitung bis Redaktionsschluss nicht. Sollten die jetzt, wie gesagt, reagieren, erfahrt ihr es hier als erstes auf dem Kanal. Ich bin natürlich immer bemüht, möglichst schnell Updates für euch zu bringen. Ich bin wirklich fassungslos über diesen Text und halte den auch für enorm gefährlich. Warum, werde ich gleich erklären. Zu Beginn möchte ich nochmal ausführen, und ich halte das für sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass es eine Unschuldsvermutung in Deutschland gibt. Und das ist für uns alle gut. Auch für dich, der jetzt gerade einen Kommentar schreiben will, mit Aussufezeichen um sich werfen möchte, mich vielleicht sogar beschimpfen will, halt kurz inne. Denn uns alle schützt die Unschuldsvermutung davor, dass wir vorverurteilt werden können, beziehungsweise auch vor Willkür. Denn wenn es das nicht geben würde, könnte man ja sofort sagen, ja, der ist schuldig, ja gut, kriegt keinen Anwalt, keinen Gerichtsprozess gleich in den Knast. Das würde das bedeuten, wenn wir nicht diese Unschuldsvermutung hätten und nicht das Recht als Person, uns auch juristisch zu schützen, mit einem Anwalt in so einen Prozess zu gehen. Wir sprechen jetzt auch gerade von einem Fall, ja, Till Lindemann, der noch nicht vor Gericht ist. Die Berliner Staatsanwaltschaft untersucht das Ganze noch. Warum warten wir jetzt nicht ab? Wir sprechen jetzt von einem Mann, von einer Band, von einem Lebenswerk, von vielen Menschen, die daran arbeiten, hinter und vor der Bühne, vor Hunderttausenden von Zuschauern die letzten Jahre gespielt haben, mit die besten Live-Shows haben, ob man die Musik jetzt mag oder nicht. Ich finde das sehr schwierig. Vorverurteilen, zum Teil in den sozialen Netzwerken, aber nicht nur die, nein, auch in diesem Bekennerschreiben wird vorverurteilt. Es wird von Konsequenzen für den Täter gesprochen, ohne dass der schon schuldig gesprochen wurde von einem Gericht, von einem Richter, einer Richterin. Findet ihr das richtig? Das würde ich gerne mal wissen. Ich bin wirklich schockiert darüber. Ich kriege teilweise Kommentare, wo ich wirklich nicht mehr verstehe, wer meine Zuschauer zum Teil sind. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also wirklich. Ich bin auch einer der wenigen Kanäle mit etwas Reichweite, die überhaupt was dazu sagen und sagen, ey, das geht so nicht. Der Mann muss erst vor Gericht. Dann wird das Urteil gesprochen. Und dann können wir darüber sprechen, wenn er wirklich schuldig ist. Und was dazu sagen. Vorjahr sollten wir fair Bericht erstatten. Nicht einseitig. Ich versuche das wirklich hier nicht einseitig zu machen. Das ist auch kein Victim-Blaming, was ich hier mache. Ich bin immer dafür, dass wenn jemand wirklich was gemacht hat und für schuldig gesprochen wird, dass der auch Konsequenzen bekommt. Aber nicht schon vorher. Und haben wir nicht in den letzten Jahren mal was dazugelernt? Ich sage nur G.O. für ihn. Luke Mockridge, Umco, Johnny Depp. Haben wir nicht irgendwas dazugelernt? Projiziert nicht euren eigenen Fall in diesen. Ich kriege Briefe, wo ich böse Sachen lese. Und voll auf eurer Seite bin, dass die Leute, die euch was angetan haben, auch hinter Gitter gehören. Aber vorzuverurteilen, wie das hier der Fall ist und das in so einem Bekennerschreiben und sogar dazu aufzurufen, Konzerte mit mehreren 10.000 Besuchern in das Berliner Olympiastadion passen so bei Fußballspielen 75.000. Wenn der ganze Rasen voller Leute noch ist oder der ganze Platz und das große Stadion gefüllt ist, die Ränge, sind das 60.000, 70.000, vielleicht sogar 80.000, die in Berlin bei den Konzerten zugegen sind. Am 15., 16. und 18.07. Und wenn dort davon die Rede ist, in diesem Schreiben, dass man das doch kreativ stören soll, dann ahne ich Böses. Und so weit darf es nicht kommen. Denn man kann schnell auch etwas machen, was eine Massenpanik auslösen kann und Menschenleben gefährdet. Und sollte diese Gruppierung das so vorhaben oder das nicht bedacht haben, dann gute Nacht. Ja, ich war jetzt auch sehr mutig. Ich lebe selbst in Berlin. Ja, kriege sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite wahrscheinlich Nachrichten. Ist mir aber auch egal. Es ist sehr wichtig, das hier einmal auch Auge zu Auge mit meinen Zuschauern zu sagen. Und ich bin für Gerechtigkeit. Ich bin auch immer dafür, dass dann die Leute auch eine gerechte Strafe bekommen, wenn sie schuldig sind. Aber das, was jetzt hier passiert, geht nicht. Wir sprechen über ein Lebenswerk von einer Band, von vielen Arbeitsplätzen, von vielen Tausenden, Zehntausenden Leuten, die eventuell durch so ein Posting gefährdet werden könnten. Und das geht nicht. Und wer da anderer Meinung ist, der hat einfach für mich einen Sockenschuss. Ja, wow. Ich bin gespannt, wie das Video ankommen mag. Ich hoffe auf ein wenig Zuspruch in den Kommentaren. Und ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos mögt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut gerne das letzte Video. Kommt hier auch nochmal rein. Geht auch um Till Lindemann. Ich bleibe aber bei dem Fall dran. Egal, ob es Pro oder Contra ist. Alles wird hier berichtet. Und das Interview kommt dann die Tage. Bis dann und ciao, ciao.